Die Teilnehmer sind alle sehr, sehr nett und ich verstehe mich super mit ihnen und man kann super mit ihnen reden. Eigentlich bin ich hauptsächlich hier, um das alles so richtig kennenzulernen, auch so ein bisschen die Technologien auch zu probieren. Ich war sehr geschockt, was für Werte rauskamen und Preise und Energie, die man alles verbraucht. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall viel bewusster mit Strom und Energie umgehen. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.